Musik 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 So Leute, hier ist wieder der Lukas, der zurück und ein Tipp für euch ist, nicht mit kurzen Sachen zum Lost Pass gehen, sonst passiert sowas. Hast du meinen Handschuh? Das geht aus den Handschuh. Ah, perfekt. Jo Leute, ich bin hier mit EF Zetin in Berlin im Spreepark, wie findest du es hier? Digga, absolut krank. Also ich muss sagen, das ist echt einer der schönsten Lost Places, wo ich hier war. Schau euch das an, wir haben gerade so viele Shots gezogen, bestimmt schon eine Stunde lang nur an diesem Spot hier geshootet. Man muss halt ein bisschen vorsichtig sein, weil hier ist auch Security am Start, wir sind jetzt sonntags früh rein. Und ja, hier ist einfach kein Mensch und man kann hier echt schöne Bilder machen. Ja, wir haben es jetzt schon bis zum Riesenrad geschafft, ohne entdeckt zu werden. Also scheinbar ist heute zum Sonntag keine Security hier. Oder wir haben bis jetzt einfach Glück. Oder Skill. Oder beides. Wie findest du es hier? Ist krank auf jeden Fall. Wir waren jetzt zwei Stunden an einem Spot und jetzt wieder beim Riesenrad. Wollen wir jetzt hochklettern? Was sagst du? Natürlich, bis ganz nach oben. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Bis zum nächsten Mal. So, Lukas hat gerade seine Drohne verloren, er ist gegen diesen Baum da, genau den da, gecrashed gerade, und jetzt ist er da irgendwo und sucht sie. Lukas! Ja Bruder, meine Drohne habe ich fast verloren, jetzt habe ich sie wieder gefunden. Sieht ein bisschen mies aus, die ist in den Baum gecrashed. Mal sehen, ob alles gut ist. Noch kann ich nichts sagen, aber sieht schon mal gut aus. Wir sind jetzt wieder draußen, wir mussten ziemlich schnell rausrennen, weil als ich auf dem Riesenrad oben drauf war, habe ich so gesehen, so in weiter Ferne, kommt so ein Security-Typ an. Und da dachten wir uns einfach nur nach, jetzt müssen wir rennen. Aber die haben uns nicht bekommen. Also die haben sich auch gar keine Mühe gegeben. Ich dachte, die, naja, die dachten sich bestimmt so. Sonntagmorgen, 8 Uhr, ich renne jetzt hier niemanden hinterher. Wir sind einfach raus und haben alle Shots geholt, die wir holen wollten. War ein mega-nices Spot. Willst du noch irgendwas zu den Leuten sagen? Ähm, nicht mit T-Shirt herkommen. Nicht mit T-Shirt herkommen. Jedenfalls nicht im Sommer, wenn überall Brennnesseln sind. Soll es nicht mit T-Shirt herkommen. T誰? Ich bin mir, was wenn wir mit T-Shirt herkommen haben? Aber es ist noch nicht mit T-Shirt herkommen. Aber es ist ein anderes zu sein.